Wenn ich die Aussagen höre, können sie sich Rückschläge leisten. Meiner Meinung nach richtig. Ich bin anderer Meinung. Die Siege schweißen uns zusammen. Die Siege geben Sicherheit. Die Siege sind wichtig für die deutschen Fans. Dass sie eben diese Atmosphäre auf ihre Mannschaft übertragen, was die Mannschaft gegenseitig den Fans gegeben hat. Und das ist Kroatien ein ganz gutes Beispiel. Die Ergebnisse stimmen, der Einsatzsturm, der Zusammenhaltsturm, wie ich schon vorher gesagt habe. Und deswegen sind hier heute 40.000 Kroaten nach Holland gekommen, nach Rotterdam und ihre Mannschaft zum ersten internationalen Krieg zu führen.